Wo ist der dreckige Unterwassermörder? Liebe Freunde, willkommen zur ersten Folge der Pilotfolge von Mazzurowna. Wir testen. Wir testen ausgezeichnete Craft-Biere, vor allem wenn sie im Angebot sind, wenn sie billiger sind. Und das heutige Stück ist Unetizka Dwanazka, ein unfiltriertes Daybush-Testi. Was uns an diesem Bier interessiert, ist vor allem eines. Das ist richtig, das ist richtig. Nichts anderes ist wichtig. In welche Richtung wird er den Pfeffer halten? Das ist ein entscheidender Punkt. Also lasst es uns tun. Gut. Zeigen Sie es mir. Lecker. Scheiße, das ist ein schmutziger Witz. ISTINCT miggeräusche. Vielen Dank.